ja hallo mein lieben hier mal ein informationsvideo ja dieses objekt kennt ihr das ist die perle eigentlich also hier passt ja eigentlich alles ist ein wunderschönes objekt natürlich hat man wie bei jedem objekt vor allem bei neubauten auch paar sachen die man halt nach der besichtigung dann reparieren muss verbessern muss und auch bei diesem objekt in deutschland nimmt man ja sowas begehung und nur wenn man halt im sommer begehung macht manchmal nicht sachen die halt passieren wenn starke heftige gewitter gibt stürme gibt und jetzt haben wir paar wasserflecken und die werden entfernt aber darum geht dieses video gar nicht denn all diese probleme was kommen also wir haben ja fünf jahre garantie dementsprechend und der haus der bauherr das ist ein top mann der kommt sofort und macht das manche sachen kann man aber erst machen wenn es hat trocknet und aktuell haben wir auch die gesamte woche regen jetzt geht es aber um was anderes und zwar hatten wir uns hier auch getroffen wir hatten dann auch schon verwaltung besprochen werden auch schon jemanden gefunden leider aber war das so dass 30 prozent entschuldigung 50 prozent der der wohnungen habe ich verkauft und ist auch wenn man zum beispiel nur deutsche hat oder aus den deutschsprachigen ländern ist es ja einfacher und die leute wollen natürlich alles perfekt haben alles schön haben nur wenn jetzt die andere hälfte jemand anders besitzt und der will das nicht so teuer haben wie wir als beispiel von der rechten hälfte dann ist das natürlich problematisch aber da wir ja nicht mit irgendwelchen idioten zusammenarbeiten sondern mit verständnisvollen leuten wird das dann auch erledigt nun ist es so dass moment wo kommen denn hier jetzt nach da ja das ist der aufzug und ja schöne aufzug boden und hat man was davon nein auch der aufzugs aufkleber ist jetzt nicht mehr grün sondern rot ja schock schock wie kann so was passieren und zwar hat jeder aufzug in der türkei also die neuen modelle haben eine telefon sim karte für notfälle für unfälle notfälle was auch immer und normalerweise würde das grüne auf jeden fall paar jahre bleiben aber da das mit der verwaltung nicht geklappt hat ja schaut her leute ich bin immer ehrlich und sage euch ehrlich was los ist weil wenn wenn du ehrlich sagst was los ist dann versteht man das auch besser und man bekommt dann von den kunden oder von den kommentatoren dann auch möglichkeiten beispiele in dem fall braucht man ja keine weil das alles geklärt ist da ja keine verwaltung ist wusste man dann nicht auf wem man diese sim karte anmeldet und ich kann ja nicht meine kunden meine kunden die wohnungen verkaufen und dann einfach im stich lassen oder so ja sowas macht man nicht als guter makler macht man das nicht und deswegen habe ich jetzt einfach die verwaltung übernommen ok übrigens gibt es ein gesetz in der türkei dass man keine schuhe mehr vor die tür stellen darf und es gibt auch ein gesetz in der türkei dass man nicht mal einen schuhschrank hinstellen darf das ist alles aus not gründen alles aus feuerschutz gründen dass man dann nicht stolpert man hat nämlich herausgefunden dass wenn dann die aufzüge nicht gehen und es ist irgendwie ein erdbeben oder feuer es brennt im haus was auch immer zum glück haben wir im alarm ja sehr selten feuer zum glück und erdbeben ja auch und dann rennen die leute und stolpern dann auf den auf die schuhe und fallen dann um und deswegen ist es gesetzlich verboten ja und das haben wir hier auch zum lösen dieses problem ja leute wie gesagt ich warum rede ich immer offen und ehrlich vielleicht hilft das ja auch euch ja dann wisst ihr ich meine ich habe ja nicht umsonst die makler prüfung gemacht ja 100 stunden gebraucht und auch machen müssen deshalb pflicht du musst die und die bestimmte stundenzahl erfüllen und da lernt man hat das ist nicht vom hausbesitzer oder von dem wohnungsbesitzer oder von wem auch immer vom verwalter eine order ist weil da könnte man ja sagen ich tue trotzdem hin wo soll ich sie denn sonst hin tun die schule der stellzeit vor die tür hin als beispiel und das ist gut so dass das staatliche order ist weil dann kann man nämlich die leute sonst wenn es nicht sich an die regeln halten anzeigen ja und jetzt ist so der andere part von den wohnungsbesitzern hat gemeint ja gut wir müssen natürlich eine lösung finden ich will auch nicht dass es schmutzig wird dass es verwahrlost wird und ist aber klar außerdem hätte auch keine andere möglichkeit es ist hier pflicht dass du das schon ordentlich machen lässt und wer sich nicht daran hält und der wird halt dann gepfändet wie es sind ich sag's euch immer wir sind hier in einem rechtsstaat ja wir sind hier in einem rechtsstaat ich habe hier einige leute schon die woanders auch was gekauft hatten denen geholfen den anwält anwälte arrangiert und die sind zufrieden die die haben wir sachen von aus deutschland erzählt aber die brauchen wir nicht aus deutschland erzählen denn ich habe selber 20 jahre über 20 jahre gelebt und habe da einiges gesehen und da ist irgendwie gesetzmäßig und gerichtlich irgendwie vieles im argen ja vieles im argen da werden leute freigelassen ja die ganz schlimme sachen machen ja und andere wiederum wenn eine frau damit ein deutschen grundgesetz da an einem platz steht und den platz nicht verlassen möchte weil sie ja dort stehen dürfte also in deutschland wir reden hier von deutschland die wird dann mitgenommen und eine ist ja dabei sogar gestorben leider ja da sieht man dann die starken leute muss bereit sein auch für solche sachen alles zu geben ihr wisst was ich meine mit alles oder allem und hier der türkei habe ich einige sachen jetzt schon miterlebt ist ja wenn man den job lang genug macht sieht man schon den ein oder anderen idioten ja und dann sieht man geil hier gibt es recht und ordnung und du musst dich gefälligst danach richten sonst wirst du ja auch ins gefängnis landen oder gefändet und ich habe neulich wieder ein gerichtsurteil gesehen da hat besoffene kaffeetürscheibe eingeschlagen und der hat jetzt voll fett seine strafe bekommen nicht nur vom staat her sondern auch zivilrechtlich muss jetzt über 300.000 türkische lieder strafe zahlen also ich muss echt sagen hier in der türkei hier funktioniert doch alles ja und aber es dauert ja es dauert das ist das problem und hier musst du dich an die gesetze halten ja ich sage euch vor erdogans zeiten ja konnte ein mercedes fahrer einfach so an der ampel rechts vorbei an die oder links vorbei an die und sich nach vorne hinstellen und wenn du dann dich beschweren wollte ist also vor über 20 jahren dann hat er gesagt was willst du von mir ja ich war mercedes auf die art ja und das soll immer jetzt einer versuchen ja der wagt sich keiner traut sich keiner weil er weiß es hat sich einiges geändert und wir haben hier echt gesetze und dementsprechend muss man hier sich genauso daran richten und halten und das ist gut so denn ein bisschen ordnung braucht schon ein land ein bisschen ordnung muss sein gesetze an die dich halten muss das muss schon sein leute und ja ich weiß normalerweise menschen mit gehirn würden schon bräuchten eigentlich keine gesetze die sind die sind ja nicht blöd die wissen ich darf niemandem was das tun ich darf niemand belügen betrügen was auch immer darfst du nicht ja dazu braucht man eigentlich keine gesetze normalerweise aber leider gibt es halt in unserer gesellschaft so viele saubläde leid die brauchen das ja das ist jetzt wieder die wunderschöne wohnung damit paar leute mich auch angeschrieben dass sie das auf raten haben wollen würden aber die haben nur 10.000 oder 15.000 euro als anzahlung und das geht natürlich nicht denn sonst kann man es ja gleich zum vermieten geben und dann gehört sein immer noch auch nach 20 30 jahren gehört sein ein immer noch weil ich ja ein video gemacht habe dass man auch diese wohnung weil der besitzer nicht unbedingt sofort geld braucht dass man die auch in raten dann kaufen kann nach einer bestimmten anzahlung so 30.000 sollten es schon sein und diese wohnung ist nämlich auch in diesem gebäude wo jetzt ich zeige es euch gleich mal ja alles schön und gut ja sauna jacuzi pool alles schön und gut aber jetzt fängt es langsam an halt schmutzig zu werden und wisst ihr auch warum weil eigentlich eigentlich muss ich heute die wahrheit sagen eigentlich ist es nur man müsste eine minute einfach mal nur kehren ja und das in der ersten etage oder erdgeschoss in dem fall dieses hochpartei oder erste etage einfach mal nur kehren und alles eigentlich im grünen bereich ja weil die andere stockwerke habe ich gesehen die sind eigentlich alle in ordnung warum ist der hier wo die eingangstür ist so verschmutzt ich zeige es euch gleich mal hier parkbereich hier nochmal der ratenzahlungsplan aber darum geht es in diesem video nicht in diesem video geht es um die sauberkeit und die verwaltung ja und das war leider im argen hier bei diesem gebäude musste ist dann so weit kommen dass es im argen ist naja ist es so ich ich weiß ja dass ein neues gebäude habe ich auch immer in meinen videos zwei drei jahre dauert bis man da alles funktioniert ja der gärtner was auch immer und hier bei diesem objekt wollen will ich aber nicht so lange warten aber ich habe ein bisschen zeit gegeben bis das halt von selber okay wird bis das von selber klappt gemacht wird ja und hat aber nicht funktioniert ja und ist das ein problem nein dann macht man halt einfach das ganze nimmt man selber in die hand und da ich ja meine kunden wollen ja ich habe ja voll macht und alles wollen ja dass das passt dass es funktioniert und wenn ich jetzt das ist einfach so stehen lassen wollen sie natürlich nicht also nehme ich dasselbe in die hand und die nebenkosten hätten 30 35 euro sein soll im monat und das war dem anderen paar zu viel und ja haben sie auch recht warum 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 soll man das nicht auch günstiger machen können ja und ganz ehrlich es war auch wirklich zeige ich es mal den dreck diese schilder habe ich jetzt schnell gemacht lange rede kurzer sind ich übernehme das einfach wenn es jemand anders dann übernehmen will kann das dann einfach selber übernehmen wenn er gewählt wird natürlich da muss halt auch von den leuten gewählt werden und da ist es gerade nicht klappt und es stottert übernehme ich das ganze ja die meine kunden sollen zufrieden sein nur aber alle die mir zuhören und ich weiß ja dass ihr mir alle zuhört und ist auch gut so ich seid ja meine kunden und ich wollte darum am laufenden gehalten werden auch wie das neue objekt in europa fortschritt und so weiter ist immer wichtig und ihr schaut dazu und noch mal von mir der hinweis warum hat es bis jetzt nicht geklappt entschuldigung wir reden halt von den blättern die durch die tür durchgekommen sind weil die mieter von dem anderen part haben die haustür code nicht gehabt hier hier der haustür code hier du tippst da den code ein und kannst dann die tür aufmachen ja dann summt und dann kannst du die tür aufmachen und die hatten den halt nicht und die wussten auch nicht von wem sie sind kriegen sollen was haben sie gemacht die haben einfach die tür dann offen gelassen ja diese tür haben sie einfach offen gelassen bzw diesen linken spalt haben sie einfach offen gelassen so konnte jeder oder so konnte wind rein blätter rein und eigentlich sind es nur blätter und staub und wasserrechnungen und so weiter und ich habe die schilder hin gemacht erstens mal sauber halten zweitens mal die tür immer wieder zu machen drittens nichts vor die tür stellen ist es verboten und alles auch zweisprachig die wichtigsten sachen wo man durch die bilder nicht sieht und das habe ich jetzt in die hand genommen und hier sieht man auch schon blätter 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 und dreck wenn noch nie gekehrt gereinigt wurde es wurde ja gemacht das hat der bauhalt finanziert gehabt und wasser und strom auch ja und aufzug strom aufzugs wartung über ein jahr und jetzt sagt ja auch immer er will das ganze jetzt auch mal beenden und die ganzen wohnungsbesitzer müssen auch jetzt das was er für das ganze jahr bezahlt hat auch ihm zurückzahlen ja und das ist so ist ja nicht viel dessen müssen wir ausrechnen aufzugs wartung kostet aktuell im monat knapp 350 lira so viel ich weiß ja das sind zehn euro ich meine der muss der aufzugs fachmann muss extra herkommen und dann auch diese sim karte müssen wir auch noch beantragen das muss ich jetzt auf meinen namen machen weil ich da ja die verwaltung jetzt machen und ich wollte euch jetzt nur mal diese diese story halt mal erzählen dass es halt immer wieder auch sachen gibt wo man halt auch mal seinen arsch bewegen muss ja und noch mal wie gesagt da bin ich jetzt davon weggekommen was ich sagen wollte und jetzt sage ich an alle die mir jetzt zuhören und auch von mir was gekauft hatten wie gesagt ich warum habe ich jetzt dazu geschaut bis da mal jetzt gehandelt wurde weil es hätte sich jetzt alles auch erledigen können und fertig punkt aus und ich hätte mich da raushalten können aber es ist ja nicht so viel arbeit und wenn es einer von euch machen will wie gesagt jeder kann es machen von euch wenn er wenn er möchte der muss halt gewillt werden und wenn alle sagen ja ok das soll es ruhig machen dann macht es ruhig ja aber ich lebe ja hier und ich kenne ja ein also wir haben jetzt den vom nachbargebäude den hausmeister der gärtner der alles macht sauber macht und weiter den haben jetzt gefragt erst nicht weit und der macht das jetzt günstig dann die aufzugs wartungskosten und so weiter muss jetzt für dieses jahr nachfragen was es kostet und für alles gibt es natürlich quittungen und es gibt auch ein buch wo alles drin steht und es gibt auch ein eigenes konto von dem gebäude der whatsapp gruppe will ich nicht machen weil das noch mehr piepserei noch mehr arbeit mit antworten und die leute haben ja meine persönliche nummer die können dann mich persönlich anschreiben und ja das war jetzt die story von von diesem von der perle und die perle soll eine perle bleiben ja dafür sorge ich nur ich musste jetzt warten und zuschauen tut sich jetzt da was oder nicht auch der pool war ja an der war auch immer gereinigt der war auch immer gepflegt und paar kunden waren ja schon drin und ohne pool natürlich doof und ja und so soll es halt nicht mir auch schon in zukunft ok das ist da wo die wo die angangstür ist wenn die tür zuwehr wäre das wahrscheinlich hier immer noch blitzflank ja und es kam ja immer der hüseen also in kenya alle der hat ja hier alles mit auch gemacht sozusagen der manager der beobachter der das ganze mit verfolgt hat das alles funktioniert und jetzt wird halt stück für stück alles kommt alles in lot ja kommt alles in lot ich liebe die deutschen worte hier wie ich gesagt habe das sind eigentlich kässt du einmal dass es dauert nicht mal eine minute und dann ist es sauber ja es ist es schaut schlimmer aus aber man braucht auch nicht übertreiben es ist nicht die katastrophe und es soll auch nicht schlimmer werden und es soll auch nicht die katastrophe werden so jetzt genug gelabert also ich bin das jetzt das ganze und das wird sich dann natürlich dann alles schnell ändern und die nebenkosten müssen gemeinsam ausrechnen wie hoch sie werden sie werden auf jeden fall unter natürlich unter 25 euro werden und da steht dann alles drauf was wer verlangt wie viel aufzug reinigungsmaterial und so weiter und ich habe es so arrangiert dass wir keine keine rasen mehr haben müssen für diese kleine fläche den musste er selber arrangieren und das ist alles dann im preis mit drin so spart man sich kosten dann heißt es nämlich der ist kaputt es kostet zur reparatur nein wenn ihr mal sowas macht macht bitte so wie ich die sollen das selber haben und ja nicht selber den rasen mehr oder andere geräte oder andere machenschaften damit finanzieren müssen ja ok so jetzt ich hoffe ich konnte sich jetzt aufklären was müsst ihr machen wenn mal alles nicht funktioniert da müsst ihr halt euren arsch bewegen ja und ich will auch gar nicht über einen anderen sein gebäude ich bin nur für meine kunden da ok dass ihr bescheid wisst auch immer lieben so viel von mir liebe grüße falls es fragen gibt schaut bei google nach und belästigt mich nicht damit außer ihr seid meine kunden vielen dank liebe grüße okay de schlutzures soha tacyklar soha tacyklar zzt Из jeden für den